Die richtige Balance zwischen Arbeit, Familie und Freizeit zu finden, ist oftmals schwierig. Die Balance zwischen Familie und Beruf ist schon für Menschen ohne familiäre Verpflichtungen nicht immer einfach. Von ihnen wird im Beruf oft mehr abverlangt, als sie leisten können. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben wird dann schwer. Das Ziel von Work-Life-Balance ist, das Arbeitsleben und das Privatleben in Einklang zu bringen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowohl für den physischen als auch psychischen Ausgleich. Das eigene Privatleben zu vernachlässigen beeinflusst ihre Gesundheit schwer. Die Folgen daraus sind häufig Burnout- oder Erschöpfungserscheinungen wie zum Beispiel Tinnitus. Vermeintlich wird durch das Vernachlässigen ihres Privatlebens kein Arbeitsplatz gefährdet, aber das ist falsch. Sobald ihre Gesundheit leidet, leidet auch die Leistungsfähigkeit im Beruf. Neben Familie und Freunden Wichtig ist, dass sie sich Ziele setzen, die sie auch erreichen können. Nach der Anspannung im Beruf ist Entspannung erforderlich. Mal ein Bad nehmen, Entspannungsmusik hören, etwa Sport während der Hausarbeit, mit Kindern oder Freunden Zeit verbringen und ähnliches. Machen Sie feste Termine für Kino, Theater, Sport, Essen etc. Diese Termine sollten für Sie genauso wichtig sein wie Ihren beruflichen. Zeitmanagement ist hier das Wichtigste. Seine Termine genau und richtig zu planen, bringt Zeit für private Dinge. Wichtig ist auch die körperliche Gesundheit. Treiben Sie Sport, ernähren Sie sich gesund und schaffen sich Auszeiten. Wie ist es so, wie ist es? ... ... ... Vielen Dank.